In diesem Video geht es um Java. Ich erkläre dir, was das ist, wofür es verwendet wird und wie es funktioniert. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen. Java ist eine der am weitesten verbreiteten Programmiersprachen und wurde von der Firma Sun Microsystems entwickelt, die heute zu Oracle gehört. Java wurde erstmals 1995 veröffentlicht und ist bekannt für das Prinzip »Schreibe einmal, laufe überall«, das aufgrund der Java Virtual Machine JVM möglich ist. Die Java Virtual Machine JVM ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Java. Sie ist quasi wie ein Computer im Computer, der Java-Code ausführt. Die JVM macht es möglich, dass Java-Programme auf vielen verschiedenen Betriebssystemen laufen können, darunter Windows, macOS und Linux. Ein wesentlicher Aspekt von Java ist die objektorientierte Programmierung. Das bedeutet, dass in Java fast alles als Objekt betrachtet wird. Ein Objekt ist eine Instanz einer Klasse und eine Klasse ist wie ein Bauplan für Objekte. Zum Beispiel kann eine Klasse Auto Eigenschaften wie Farbe, Marke und Modell und Methoden wie Fahren und Parken haben. Die Syntax von Java ist recht einfach und ähnlich zu anderen C-ähnlichen Sprachen wie C++ und C. Jede Anweisung endet mit einem Semikolon und Blöcke von Code werden durch geschweifte Klammern eingeschlossen. Ein einfacher Java-Code zum Ausgeben von Hallo Welt sieht so aus. In diesem Beispiel ist Hallo Welt der Name der Klasse. Der Name der Klasse und Main ist eine Methode. Der Text Hallo Welt wird in der Konsole ausgegeben, wenn das Programm ausgeführt wird. Java wird in einer Vielzahl von Anwendungen und Plattformen verwendet. Es wird zum Beispiel für die Entwicklung von Unternehmenssoftware, Web-Anwendungen und mobilen Apps, besonders für Android, verwendet. Auch in der Wissenschaft, insbesondere in der Datenanalyse, ist Java weit verbreitet. Java wurde mit einem starken Fokus auf Sicherheit entwickelt. Zum Beispiel verwendet Java die sogenannte automatische Speicherverwaltung, die hilft, bestimmte Arten von Programmierfehlern zu vermeiden. Zudem erfordert Java, dass alle Programme vor der Ausführung auf Fehler überprüft werden. Java hat viele andere Programmiersprachen beeinflusst, darunter Python, Ruby und C. Viele moderne Programmiersprachen haben Funktionen und Konzepte übernommen, die ursprünglich in Java eingeführt wurden, wie zum Beispiel die Garbage Collection und die starke Typisierung. Wie zum Beispiel die Garbage Collection und die Anwendungen, die wir in der Tatooine angeht,